Seid ihr aufgeregt? Ein bisschen. Ja, aber die kann das, die schafft das. Mir macht es in der Classic halt einfach Spaß, dass die Stücke etwas komplizierter sind und man sich einfach richtig reinhängen muss, um das wirklich richtig gut hinzukriegen. Was mir an diesem Stück total gefällt, dass es einfach sehr schnell und virtuos ist und man die Finger so über die Tasten fliegen lassen kann. Das macht einen einfach happy so. Ganz okay, oder? Spätestens jetzt würden meine Finger einfach abfallen. Wenn sie auf der Bühne ist, dann strahlt sie oder dann blüht sie auf und zeigt eine ganz andere Seite von sich, die man so im Alltag gar nicht von ihr kennt. Aber auch zu ihr gehört. Das ist schön. Ja, so geht es. Ja, ich finde es auch toll. Für mich ist noch nicht so ganz klar, was ich später machen werde. Ich fände es total toll, wenn ich auf der Bühne stehen würde mit dem Klavier, weil es einfach toll ist. Ja, sehr gut gemacht. Es war wunderbar. Vielen Dank, dass du für uns gespielt hast. Ja. Dankeschön. Ich fand das sehr, sehr schön. Sie ist zwölf. Sie ist zwölf. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere unseren Kanal. Falls du die Folge verpasst hast und streamen möchtest, dann mach das hier auf RTL Plus. Und für mehr Highlights und Auftritte von The Piano klickst du jetzt hier.